Ich habe das erste Mal in Thüringen gespielt, das ist locker 30 Jahre her. Und da habe ich damals gedacht, ja Thüringer wurscht, was ist denn da drin, die echte Thüringer? Und haben mir die gesagt, so ja, da sind halt Thüringer drin und dann bin ich damals nach Bayern, da wusste ja noch keiner, was ist im Osten los, weißt du so. Und dann habe ich gesagt, du, die essen sich selber auf im Osten. Dann kam ich wieder nach Thüringen, habe darüber Witze gemacht, haben Leute gesagt, nein, nein, also da sind keine Thüringer drin, sondern Sachsen. Ja, da wollen die Leute schon klatschen in Thüringen.